Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute so eine kleine interaktive Karte für euch, die ich euch vorstellen möchte bzw. das Produkt und zwar handelt es sich hier um diese Chipotronics und damit möchte ich gerne eine Karte mit euch gestalten und euch zeigen, dass man davor gar nicht so viel Angst haben muss. Das ist eigentlich total einfach und ich habe mit Strom jetzt wirklich überhaupt nichts am Hut. Ich versuche das euch jetzt mal zu zeigen. Ja, ein bisschen seht ihr das? Ich mache einfach mal das Licht aus, dann sieht man es vielleicht noch mehr. Also sie leuchtet, der Stern. So, ich habe mir hier noch einen kleinen Stern draufgeklebt, weil man da was durchsieht und das fand ich jetzt nicht ganz so hübsch. So und dann zeige ich euch erstmal was in diesem Starter Kit drin ist. Zwar kommt das so, das kostet 10 Euro glaube ich. Ich verlinke euch aber alles unten in der Infobox und zwar ist das so ein kleines Starter Kit. Ich mache das mal eben auf. Das ist alles drin und zwar das sind diese Chipotronics. Das sind drei Stück. Die sind selbstklebend. Das ist immer ganz schön, man muss nicht mit dem Kleber rummachen. Ihr habt ein Kupferband dabei, eine Batterie und ja so eine Klammer. Bei der Batterie möchte ich euch nur sagen, ihr müsst echt darauf achten, dass es eine 2032er ist, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. So und das ist dieses Kupferband. Das ist auch selbstklebend. Das ist ganz nett. In dem Starter Kit sind auch noch für zwei Karten. Also einmal hier diesen Stern und einmal diesen Cupcake. Und ich möchte diese hier mit euch noch mal machen, die ich auch hier gemacht habe. Wenn ihr das aufklappt, habt ihr hier schon eine genaue Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Jetzt zeige ich euch auch, warum ich da hier so einen kleinen Stern reingeklebt habe. Dieses hier sieht man auf der Vorderseite vom Stern. Wer das mag, kann das machen. Das ist dann wie ein Gesichtchen. Mir hat es jetzt nicht so gut gefallen. Und zwar der Aufbau ist ganz einfach. Ihr nehmt euer Kupferband und klebt das einfach nur hier nach. Diese Kreise zeigen die Batterie an. Klar, Minusseite, Plusseite hat ja auch die Batterie, die Plusseite und hinten die Minusseite. Das heißt, die kommt hier so drauf, damit ihr den Stromkreis machen könnt. Und der Chipotronic ist hier unten. Das mache ich jetzt mal schon. So und im Prinzip habt ihr jetzt schon die Hälfte der Arbeit geschafft. Ich fahre mir hier noch mit so einem Falzball drüber, damit das dann auch wirklich ganz glatt ist und der Strom einfach besser geleitet wird. Ich befestige die Batterie auch immer mit ein bisschen Klebeband hier nebendran, also mit so doppelseitigem dünnen Klebeband. So und als nächstes klebe ich den Chipotronic drauf. Also die LED. Die wird einfach nur vom Trägerpapier abgezogen und genau hier auf diese Position draufgeklebt. Als nächstes müsst ihr hier die Ecke falten, denn sonst ist der Stromkreis nicht geschlossen. Die Batterie habe ich schon festgeklebt und jetzt überprüfen wir einfach mal, ob der Stromkreis so funktioniert. Die LED habe ich genau hier positioniert, wo sie angezeigt war. Und wie ihr ganz schwach erkennen könnt, leuchtet das. Bei mir ist es jetzt hier gerade zu hell. Das war schon im Prinzip das ganze Hexenwerk von dem Leuchtmechanismus. Ich schneide mir jetzt hier dieses Oberteil ab, denn das möchte ich gerne als Front haben für meine Karte. Ich habe mir hier auch schon ein Kartenruling zurechtgelegt oder vorbereitet. Und zwar hat er die Maße 9 Inch mal 4,5 Inch und gefeilst wird er auf 4,5 Inch. Die Ränder habe ich hier mit dem Distresskissen geinkt, gewischt. Dann habe ich mir noch einen Rahmen ausgeschnitten, weil ich fand das ganz schön, wenn hier noch etwas drumherum ist. Natürlich ist er nicht hundertprozentig deckungsgleich, das heißt, es muss ein bisschen zugeschnitten werden, aber das ist kein Problem. Für diesen Rahmen hier habe ich diese Stanzen benutzt und auch hier habe ich in der gleichen Farbe die Ränder ein wenig gewischt. Und jetzt machen wir uns an das Zusammenbein. Als nächstes nehme ich mir solche Klebestreifen und erhöhe das ein wenig, damit das Licht besser scheinen kann. Also ich finde, es scheint dann besser. Da die Fläche ziemlich groß ist und es sonst durchhängen würde, wenn ich das hier draufklebe, habe ich mir noch ein paar von diesen Streifen hier neben reingesetzt. Als nächstes setze ich jetzt einfach nur das Oberteil hier drauf fest. Beim Zusammensetzen achte ich darauf, dass der Lichtpunkt auch genau unter dem Stern sitzt. Dafür halte ich mir den hier so ein bisschen gedrückt, damit ich ziemlich mittig komme. Wenn jetzt wie hier noch so ein bisschen was übersteht, könnt ihr das jetzt noch ganz gut wegschneiden. Als nächstes wird das Leuchtobjekt auf die Karte mittig gesetzt. Achso, und hier brauche ich auch noch ein bisschen von diesen Streifen, von diesen Klebestreifen, da sonst die Ecke hier so ein bisschen rumwappelt und das nicht befestigt wird. Auf den Rest der Rückseite mache ich Kleber drauf. Für den Schriftzug habe ich mein Dümo ausgepackt und habe das einfach auf blauem Band geprägt und ein bisschen gelben Cardstock dahinter gelegt und ebenfalls in der gleichen Farbe gewischt. Das habe ich hier schon mal vorbereitet und das habe ich einfach nur ziemlich mittig aufgeklebt. Hier seht ihr jetzt, ich versuche es euch zu zeigen, dass dieses Gesichtchen durchleuchtet, was ich euch gezeigt habe auf der Rückseite. Mir persönlich gefällt es nicht so gut und deshalb habe ich mir so einen klitzekleinen Stern ausgestanzt und den setze ich einfach nur hier drauf. So habe ich dann eine zarte Silhouette. Wer das natürlich mag mit diesem Gesichtchen kann das ja auch genau so lassen. Das ist jedem selber überlassen, wie er das gerne hätte. Um jetzt noch anzuzeigen, wo man denn hindrücken muss, denn so wüsste man es nicht, habe ich mir noch ein kleines Sternchen ausgestanzt und da hinten dran einen kleinen Clou-Dot gesetzt, dass er ein wenig erhöht ist, also hinten drauf und schau jetzt, wo die beste Position ist, wo ihr den Stern hinklebt. Bei meiner Original-Karte habe ich den ein wenig glitzern lassen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das ist so die die jungen Version ohne Glitzer. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, ich mache es dunkel, dass auch diese Karte leuchtet. Die Sonne spielt mir einen Streich, aber jetzt seht ihr es. Das war das kurze Video, wie man mit den Chipotronics eine Karte machen könnte. Das finde ich ganz gut, dass es immer wieder auch hier bei diesem Cupcake ist hinten drauf immer wieder ganz genau beschrieben, wie man diesen Stromkreis sich zurecht legt. Es ist in diesem Starter-Kit, das finde ich persönlich toll zum ausprobieren. Man muss halt dann da ja drei von diesen LEDs, muss man sich dann halt einfach noch mal zwei Batterien nachholen. Das ist aber ja nicht schlimm. Wie gesagt, achtet nur darauf, dass es 20, 32er sind, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. So, das war's von mir heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig auf die Chipotronics machen und falls es euch gefallen hat mein Video, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.